Schon als Kind warst du immer da, wo du dich am wohlsten gefühlt hast. Irgendwann seid ihr umgezogen und du konntest einfach nicht verstehen, warum sich deine Mutter über so etwas Normales wie eine neue Küche freuen konnte. Erst als du zur Uni gegangen bist, hast du plötzlich einen Sinn in ihr gesehen. In der Küche. Mit deiner neuen Freundin hast du dann die Erfahrung gemacht, dass man in einer Küche nicht nur feiern kann. Auch wenn das ein bisschen gedauert hat. Du hast angefangen, dich für Küchen zu interessieren und hast unsere Produktion besucht. Du hast unser Team kennengelernt. In der Produktentwicklung und in der Fertigung. Du hast gestaunt über die Vielzahl der Möglichkeiten, über die Taktzahl und die Präzision. Du warst begeistert davon, dass Serienproduktion und die Individualität unserer Produkte sich nicht ausschließen. Und so hast du schließlich deine neue Küche gefunden. Und heute ist die Küche dein Revier. Heute schreibst du deine eigenen Geschichten. Mit Küchen von Beckermann.